Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind in dem FIFA 14 Menü drin. Ja, wir sind nicht im Spiel, also nicht im Ultimate Team drin, wie sonst. Weil wir wollen vorher nochmal was machen. Dazu aber gleich. Erstmal will ich mich mal kurz entschuldigen für das Sonntagmorgen Video. Ja, das war auch wieder asynchron. Es sah allerdings so aus. Das haben vielleicht nicht alle gelesen. Ich habe es zwar extra auf Facebook und im Samstagabend Video gepostet. Also, es war so. Ich habe Samstag extra schon 5 Videos aufgenommen. Weil ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil meine Freundin heult rum, wenn ich an Weihnachten und so auch aufnehme. Deswegen wollte ich schon mal so ein wenig vorproduzieren. Mache ich ja eigentlich nicht. Eigentlich nehme ich immer einen Tag vorher die 3 Videos auf und gut. Aber hier wollte ich ein bisschen voraufnehmen. Jo, abends hatte ich dann 5 Videos im Kasten. Und dann habe ich mir gedacht, jo, kannst du mal das erste rendern. Ich mache es in mein Renderprogramm rein. Will dann hier die Tonspur darunter legen unter das Video. Also, ich mache das ja wie gesagt hier. Hier kann ich euch das vielleicht nochmal besser zeigen. Also, ich synchronisiere, indem ich so mache. Also, ich starte die Aufnahmen vom Bild und vom Ton. Und dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und jetzt habe ich 6 Punkte, sozusagen im Video, die ich dann sozusagen als Anhaltspunkt verwenden kann. Und dann mache ich genau den Punkt, wo ich 1 sage. Mache ich dann halt, wo ich das erste Mal so, popp, rübergehe. Also, damit ihr das mal versteht. Und das klappt auch eigentlich ganz gut. Gut, ich meine, manchmal habe ich dann vielleicht so eine Millisekunden Asynchronität drin. Aber meistens ging das ja immer. Aber in FIFA 14 anscheinend, beziehungsweise auf PS4 jetzt, habe ich des Öfteren mal Fehler drin gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, woran das liegt. Jedenfalls war diese normale Asynchronität, die ich jetzt auf der PS4 teilweise habe, die war ja jetzt nicht unbedingt so schlimm. Aber gestern, alle 5 Aufnahmen waren im Arsch. Bei 2 Aufnahmen haben 2 Minuten Tonmaterial gefehlt. Ich weiß nicht, wo die weg waren. Also, es war jetzt nicht irgendwie so, dass 2 Minuten am Anfang gefehlt haben und 2 Minuten am Ende. Es war irgendwie mitten in der Tonaufnahme, hat es irgendwie so krrrr gemacht. Und ja, dann ging der Ton irgendwie erst wieder ein bisschen später weiter. Also, ich weiß leider noch nicht, woran das lag. Ja, jetzt ist das die erste Aufnahme. Ich werde das testen. Momentan sieht das gut aus. Ich sehe hier, die Tonaufnahme ist bei 2 Minuten 30 und hier die Bildaufnahme ist auch bei 2 Minuten. Das passt also circa. Ich hatte mich nämlich gestern, wo ich ein Video aufgenommen habe, schon gewundert. Da war die Tonaufnahme bei 32 Minuten und die Bildaufnahme bei 34,5 Minuten. Und ja, da habe ich mir irgendwie schon so die Gedanken gemacht. Das war leider Gottes schon das fünfte Video, also das letzte. Und ja, von diesen fünf Videos konnte ich nur zwei Stück retten. Das ist das Video am Sonntagmorgen und das ist das Video am Sonntagmittag. Das am Sonntagmittag ging, glaube ich, sogar eigentlich. Sonntagmorgen allerdings, ich habe maximal alles versucht, um das so synchron zu kriegen, wie es ging. Das heißt, ich habe die Tonspur in ganz, ganz viele kleine Fetzen gesplittet. Und habe das dann halt so irgendwie unter die Szenen gelegt, dass es synchron, so synchron ging, wie es für mich ging. So irgendein High Professional Video Bearbeiter, der hätte das wahrscheinlich perfekt synchron bekommen, auch mit dieser Tonspur. Aber für mich war das das Maximale. Also tut mir leid. Aber hätte ich das nicht gemacht, hättet ihr gar kein Video heute bekommen. Beziehungsweise an dem Sonntag. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann dieses Video erscheint. Ob es Sonntagabend erscheint oder erst Montagmorgen. Das müssen wir mal schauen. Ja, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Es tut mir leid, aber ich habe mir halt gedacht, ja komm, die zwei kann man eigentlich so retten. Und ja, deswegen habe ich es hochgeladen. Die anderen drei, die kann ich wegschmeißen. Beziehungsweise, die habe ich auch schon gelöscht, glaube ich. Teilweise. Müsste ich mal gucken. Weil da waren wirklich teilweise zwei Minuten weniger Ton. Und wie willst du das synchron kriegen? Das war unmöglich. Und deswegen habe ich mir gedacht, pass auf, das schmeißt du weg. Hast du zwar umsonst aufgenommen, aber naja. Aber ich will noch mal kurz darauf eingehen, was ich in einem Video, was nicht kommen wird, gesagt habe. Weil das war eigentlich relativ wichtig. Deswegen sage ich das jetzt noch mal. Also, ich glaube, ich habe mein Internetproblem immer noch nicht auf die Reihe bekommen. Es sieht so aus. Ich wollte ein Video aufnehmen. Das war halt gestern dann, Samstag. Und das erste Video ging, glaube ich, noch. Und danach gleich wieder Disconnect bekommen. Ich habe mir schon gedacht, okay, es hat nicht gewirkt. Deswegen sofort auf den Test-Account geswitcht. Und ja, es war das gleiche Schema. Allerdings bin ich jetzt der Meinung, zu wissen, woran es liegt. Es sieht ja so aus, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Hier nochmal. Mein Internet. Ich beziehe mein Internet sozusagen. Ihr könnt euch das wie bei LTE vorstellen. Das heißt, beim LTE ist es ja so, dass da irgendwo ein riesiger Funkturm steht. Und der verteilt sozusagen dieses Signal an die einzelnen Haushalte. Und bei mir ist es so, dass da auch ein Funkturm steht. Der wird zwar nicht von LTE oder sowas gespeist, sondern da kommt eine DSL-Leitung rein. Das heißt, in diesen riesigen Turm gehen, keine Ahnung, Glasfaserleitungen, was weiß ich, auf jeden Fall DSL aus der nächstgrößeren Stadt. Und dann wird dieses DSL über diese riesige Antenne verteilt. Ich habe auf meinem Dach wiederum auch eine Antenne. Dadurch kriege ich das in mein Haus rein. Und dann kommt das Internet halt hier, Playstation, PC, etc. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass, weil es eine Wireless-Technologie ist, dass es schwankend ist. Bei LTE ist es relativ Latte, weil wenn du ein 50.000er LTE hast und da schwankt von mir aus mal zwischen 30.000 und 50.000, dann hast du immer eine geile Leitung. Das Problem bei mir ist einfach nur, bei mir schwankt es zwischen teilweise DSL 10.000 bis 12.000 zu hier tiefsten Nachtzeiten, wenn eigentlich keine Sau online ist. Dann habe ich Top-Internet sozusagen. Im Upload trotzdem nicht Top, aber im Download zum Beispiel lade ich dann richtig schnell runter und alles. Und auch das Zocken geht wunderbar. Und dann gibt es halt die Zeiten, wo zum Beispiel Primetime ist, sagen wir mal sonntags, wie jetzt zum Beispiel. Da merkt man das halt krass. Dann sind sehr viele drin und dann kann ich teilweise auch einfach mal nur eine 1000er, 2000er Leitung haben. Allerdings dürft ihr das nicht mit normaler DSL 2000er Leitung vergleichen, weil eine normale DSL 2000er Leitung ist konstant. Und das ist das Wichtige. Bei mir ist es komplett unkonstant. Ich habe hier bei mir auf dem PC diesen NetSpeed Monitor, oder wie das Ding heißt. Das ist unten in der Taskleiste drin. Da sehe ich immer meinen Up- und Downloadspeed. Wenn ich zum Beispiel was uploade, ist es so, dass mein, zum Beispiel bei LTE, ich hatte ja mal LTE, wo ich bei meiner Freundin eine Zeit lang war. Und da war es so bei LTE, dass ich konstant über, zum Beispiel, konstant über 5 MB die Sekunde hochgeladen habe. Darüber hat es zwar ein bisschen geschwankt, aber konstant über 5 MB. Bei mir müsst ihr euch das vorstellen. Es ist zum Beispiel konstant so auf, in was wird das angezeigt, Kilobits sehe ich hier. Es ist so, ja, in Höchstzeiten so auf 700 Kilobits. Allerdings schwankt das auch einfach mal komplett auf 0 runter. Geht dann wieder hoch, geht runter, hoch, runter, hoch. Und, ja, die einzige mögliche, beziehungsweise die einzige, den einzigen Grund, den ich sehen kann, für meinen Disconnects jetzt hier auf der PS4, ist eigentlich diese schwankende Verbindung. Weil eine Nacht vor diesem Samstag, nämlich Freitagnacht, habe ich auf dem Test-Account, habe ich mir irgendwie, ich hatte irgendwie Bock auf ein billiges Team. Ich habe mir, glaube ich, ich hatte da noch so 4.000, 5.000 Coins drauf dann mittlerweile. Und mit denen habe ich mir einfach ein ganz billiges Non-Rare-Premier-League-Team erstellt. Und auf diesem Account habe ich dann mitten in der Nacht, 1 Uhr, habe ich, glaube ich, das erste Spiel gestartet, habe ich knapp 9 bis 10 Spiele gemacht. Und die liefen alle durch, weil es mitten in der Nacht war. Nämlich am nächsten Tag, mittags wiederum, ja, dann hatte ich halt wieder dieses Disconnect-Problem. Problem. Und das heißt, das mit den Ports hat wahrscheinlich nichts bewirkt. Vielleicht finde ich jetzt ein bisschen besser Gegner, aber bringt uns ja im Endeffekt auch nicht weiter, wenn ich, ja, hier, wie heißt es, wenn ich diese Disconnects fange. Und das wollte ich halt nochmal ansprechen. Das ist ein ziemliches Problem. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich meine, es scheißt auf meine Statistik. Wenn diese Disconnects auf die Statistik gehen, was sie halt tun, ist dann halt so. Ist mir aber eher gesagt Latte. Das Problem ist einfach nur, ich sehe momentan nur die Möglichkeit, alle drei Videos immer mitten in der Nacht aufzunehmen. Weil ich könnte sie natürlich tagsüber aufnehmen, aber dann brauche ich wahrscheinlich jeden Tag 5, 6 Aufnahmeversuche. Und deswegen müsste ich die wahrscheinlich in der Nacht aufnehmen. Ich muss nur mal gucken, wie ich das handeln kann. Das wird relativ schwer. Ich werde mich natürlich nochmal nach einer Lösung umsuchen, aber ich habe jetzt mittlerweile wirklich alles probiert. Das heißt, ich habe alle Internetfresser, in Anführungszeichen, disconnected. Alles, also nur, dass die, nur die PS4 saugt. Und selbst dann habe ich Disconnects drin. Ich weiß nicht, was das soll, aber was will ich machen? Ich will jetzt einfach nur nochmal klarstellen. Das ist nämlich für mich der wichtigste Punkt. Ich habe keinen Bock. Jetzt sagen wir mal, es könnte nämlich jetzt öfter passieren, dass Statistik Niederlage plus 1 kommt. Wie gesagt, das ist jetzt der wichtigste Punkt. Also hört ganz genau zu. Wenn bei mir oben in der Statistik eine Niederlage ist, dann ist diese Niederlage definitiv durch einen Disconnect. Das heißt, wenn da eine Niederlage ist, wozu kein Video kam. Ich denke mal, ihr habt jetzt dieses Wochenende auch gesehen. Ich lade auch Niederlagen hoch. Da kam nämlich eine Niederlage. Danach kam ein sehr, sehr enges Spiel. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Aber ich habe keinen Bock, vor allem jetzt, wo ich dann eventuell mehrere Disconnects kriege, weil ich kann einfach nicht immer nur nachts aufnehmen. Dann würde ich eventuell keine bekommen. Aber selbst das ist ja nicht sicher. Das ist ja auch alles von mir nur im Kopf zusammengesponnen. Ich kann das ja nicht beweisen. Ne, jedenfalls ist es so. Es ist so, wenn ihr ein Video von mir seht und ihr seht, oh okay, Niederlage oben drauf. Jetzt für die Leute, die halt regelmäßig fast jedes Video gucken. Den anderen wird das ja eh nicht so auffallen, ob da jetzt einen draufgekommen ist oder nicht. So, aber wenn ihr dann seht, da ist eine draufgekommen und es gab kein Video dazu, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es ein Disconnect war. Weil ich habe keinen Bock, weil wie gesagt, das könnte jetzt halt öfter passieren, ich habe keinen Bock, jedes Video zum Anfang zu sagen, also, heute habe ich fünf Aufnahmeversuche gehabt. Dabei waren zwei Disconnects dabei. Daher kommen diese zwei in der Statistik. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich auch immer auf dieses Video hier verweisen. Vielleicht wird es sich da auch irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht kriege ich das irgendwie gebacken. Und nochmal ganz kurz, für die Leute, die jetzt drunter schreiben, kauft ihr ein anderes Internet. Es gibt hier kein anderes Internet. Das ist das Einzige, was ich bekomme. Ich könnte, glaube ich, ISTN noch bekommen. Jo, super. Aber ich glaube, dann können wir es mit YouTube gleich sein lassen. Vielleicht sogar zum Zocken besser, wer weiß. Aber ich glaube, dann kriege ich da nicht so viel hochgeladen. Nee, das Problem ist bei meiner Leitung wirklich nur, dass sie so unkonstant ist. Mir würde sie im Prinzip reichen. Ich meine, ich kriege meine drei Videos am Tag hoch. Wenn ich was downloade, reicht mir der Downloadspeed auch. Das riesige Problem ist dieses Unkonstante. Also, ich glaube, man zockt sogar mit DSL Lite besser online, zum Beispiel jetzt FIFA, als mit meiner Leitung. Meine Leitung ist um einiges schneller als DSL Lite, aber meine Leitung schwankt. Und das macht, glaube ich, diese miesen Lecks und sowas auch aus. Und jetzt hier auf der PS4 anscheinend auch die Disconnects. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt hier, das PSN ist jetzt um alles so umfangreicher geworden und alles. Das heißt, der wird wahrscheinlich hinten noch irgendwelche Abfragen machen, auch noch wegen PSN her. Ich habe jetzt hier, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, den würde ich gerne noch mal kurz ansprechen. Ich habe jetzt mittlerweile 700 Freunde, glaube ich, drauf. Und ich habe mal so überlegt, der fragt doch bestimmt bei jedem Freund immer die Aktivitäten und alles ab, weil es gibt ja jetzt sozusagen wie so ein Feed, wie bei Facebook. Da steht dann, der und der hat das gestartet, der und der hat die Trophäe gewonnen. Und das muss der ja prinzipiell alles von den Servern abrufen. Und wenn er das auch noch nebenbei macht, vielleicht kommen auch dadurch die Disconnects. Ich will jetzt eigentlich nicht zum Testen mal 700 Leute löschen und dann sagen, ja, edit mich wieder. Aber, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und vor allem, ich bin mal gespannt, wenn ich wirklich 2000 Leute da drauf habe. Also es dauert jetzt schon lange, bis die Freundesliste sich aufbaut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für unser Let's Play, wenn ich wirklich hier so viele Leute drauf habe. Weil prinzipiell habe ich auch mal überlegt, ich nenne jetzt keine Namen, aber das Einzige, was die Leute machen, die ich annehme, das schiebe ich jetzt nicht auf alle. Aber es sind einige, die schreiben mich an, ey Massif, kannst du mir Coins leihen? Du hast doch so viele. Ey Massif, kannst du mir Coins schenken? Du hast doch so viele. Ey Massif, kannst du für mich traden? Ey Massif, kannst du mir jetzt deine heftigsten Trading-Tipps geben? Ey Massif, schenkt mir doch einfach mal einen Spieler. Ey Massif, das und das. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt natürlich auch welche, es gibt sozusagen zwei Gruppen. Drei Gruppen gibt es. Es gibt die Gruppe, die gar nichts schreibt. Dann gibt es die Gruppe, die als gegen mich spielen will. Und dann gibt es die Gruppe, die irgendwas geschenkt haben will. Das heißt Coins, Spieler, was weiß ich. Manche gibt es auch in Kombination, die wollen spielen und was geschenkt haben. Aber ich denke, weißt, was ich meine. Ich meine, ist ja okay. Aber Leute, seid mal bitte ehrlich. Ich habe nichts zu verschenken. Ihr müsst das immer so sehen. Ich verlose ganz gerne immer mal was. Das heißt mal, ob es ein Spieler ist oder auch mal Coins, machen wir auch mal. Überhaupt kein Problem. Aber ich werde nicht einfach Coins verschenken. Ich habe heute die beste Anfrage bekommen, ob ich Ronaldo abgeben kann, weil ich ja so gut traden kann. Mal jetzt ganz ernsthaft. Ernsthaft. Ronaldo ist in Euro circa über 200 Euro wert, soweit ich das in Erinnerung habe. Also knapp 200 Euro, sagen wir mal, ist Ronaldo wert. Ihr dürft das nicht immer in Coins sehen oder sowas. Ja, die Coins hast du ja dann in einer Woche wieder drin oder sowas. Aber, dass ich diese Coins prinzipiell auch verkaufen könnte für knapp 200 Euro, das sollte man dann halt auch mal sehen. Das heißt, das ist so, als ob ich irgendwem einfach mal 200 Euro schenke, den ich gar nicht kenne. Also ich meine, wenn ich was verlose, dann ist das was anderes. Dann verlose ich natürlich auch sozusagen 200 Euro. Das ist klar. Aber ich werde doch nicht einfach mal 200 Euro verschenken. Wie gesagt, ich nenne natürlich keine Namen, aber, ne, ich wollte das unbedingt nochmal erwähnen. Oder auch so Dinge, ah was, ich hatte es eben im Kopf, das war mir auch nochmal was Wichtiges. Wegen Trading. Müsst ihr mich auch nicht unbedingt anschreiben, weil es werden jetzt zu Anfang Januar, also ich sag mal Anfang Mitte Januar rum, das heißt Team of the Year kommt ja glaube ich 13. Januar und dann um die Zeit rum werden auch endlich wieder mehr Trading-Tipps kommen, wenn sich der Markt endlich wieder stabilisiert hat und dann werden einige kommen. Damit werdet ihr ordentlich Coins machen können und die Methode wird nicht kaputt sein, dadurch, dass er online ist, weil es wollen auch immer sehr viele meine Trading-Methoden. Da will ich nämlich jetzt auch nochmal was zu sagen. Meine Trading-Methoden. ich trade zu 99,9% nur mit sehr teuren Gold und Inform-Spielern und dazu noch Price-Fixing. Kann ich jetzt einfach mal so hier ins Blaue hinein sagen. Ich werde definitiv fürs Price-Fixing noch ein Tutorial machen, weil das ist gar kein Problem, weil Price-Fixing kann man halt mit vielen Spielern machen und deswegen geht die Methode dadurch auch nicht kaputt, wenn andere wissen, wie sie geht. Und deswegen werde ich euch da auf jeden Fall noch was zeigen. Allerdings solltet ihr euch dieses Video ganz genauer angucken und am besten fünfmal angucken, weil beim Price-Fixing, wenn du da einen richtigen Fehler machst, dann kannst du auch mal richtig dick Verlust machen. So, und das Ding ist halt, ich habe vorher schon gesagt, meist trade ich mit wirklich teuren Gold- und Inform-Spielern und das Ding ist halt, also auch normales, nicht das Inform-Team-of-the-Week-Trading, das mache ich natürlich auch, aber noch normales Inform-Trading und es bringt mir nichts, wenn ich da die Spieler sage und es bringt auch euch nichts, weil sagen wir mal, ich nenne euch jetzt einen Spieler, ich würde mal sagen, die meisten Spieler können sich die meisten sowieso nicht leisten, das ist mal der eine Punkt. Aber der wichtigste Punkt ist, die Spieler, die ich so, ja, zum größten Teil trade, wenn die noch, wenn andere Leute, die auch noch traden, dann ist die Methode tot, nicht nur für mich, sondern auch für euch, das heißt, es bringt gar keinem mehr was und deswegen werde ich euch auf jeden Fall Trading-Tipps geben, die euch weiterbringen, die euch Coins bringen und die trotzdem nicht kaputt gehen. Weil da gibt es auch einige. Ich habe gestern gehört, es gibt ja sowieso nur zwei Trading-Methoden irgendwie erbieten und sofort kaufen. Habe ich auch noch nicht gehört. Ne, ist definitiv nicht so. Es gibt sehr viele Trading-Methoden. Wenn man sich auch mal so ein bisschen mit Markt beschäftigt und so ein bisschen nachdenkt, da fallen einem ganz viele Methoden ein, wie man Coins machen könnte. Aber wie gesagt, ich mache dazu natürlich auch noch Videos. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, warum ich hier überhaupt alles in diesem Hauptmenü rumgammel. Nein, wir wollen jetzt nicht einfach mal so spielen. Wir wollen jetzt mal hier drauf gehen. Da packen wir hier noch die Trikots rein und jetzt gehen wir nämlich ins Team-Management. Wir wollen eine individuelle Taktik erstellen. Das wollte ich schon lange mal machen. Also ihr habt jetzt glaube ich gesehen, wie das geht. Ihr geht auf Anstoß, wählt einfach irgendeine Mannschaft aus, also irgendeine Partie, jetzt zum Beispiel Dortmund-Schalke. Dann geht ihr auf Team-Management und jetzt auf individuelle Taktiken. Und ja, ich wollte das schon länger mal machen, aber jetzt hat mich der Finsterling hier, ein sehr aktiver Kommentator, also nicht Kommentator, sondern er schreibt viele Kommentare unter meinen Videos. Danke auch dafür. Der hat gesagt, ich soll mal eine individuelle Taktik machen und er hat mir gleich eine mit reingeballert, sozusagen. Das heißt, er hat mir alle Werte hier reingeschrieben und ich werde die jetzt einfach mal so machen, ohne sozusagen sie getestet zu haben. Das heißt, wir werden nächstes Spiel mit dieser Taktik spielen. Wir gucken uns nochmal ganz genau an, was diese Werte bedeuten. Geschwindigkeit. Bestimmt die Geschwindigkeit der Angriffe. Da hat er geschrieben, die soll ich auf 100 machen. Mach ich, wenn er es sagt. So, Passspiel. Beeinflusst die Passdistanz und die Unterstützung von den Teamkollegen. Beeinflusst die Passdistanz und die Unterstützung von Teamkollegen. Okay, aber, also, okay, gut, ich dachte schon, da hat er auch 100. Nee, gut, sonst hätte ich nämlich gesagt, weil das wären ja dann nur lange Pässe. Da hat er gesagt, das soll ich auf 70 stellen. Die Standardwerte, die ihr da seht, das sind die Standardwerte von Dortmund übrigens. So, er sagt, Passspiel auf 70. Gut, machen wir. So, ihr hört vielleicht irgendwie so ein, wie so ein Wasserfall. Mein Hund trinkt gerade. Ähm, ja, dann ist jetzt gut. Ähm, Passspiel 70. Dann haben wir Positionsspiel, die Bewegungsfreiheit des Teams in den ersten zwei Dritteln des Spielfelds. Gut, da gibt es nur Geordnete und Freie Wahl. Und, ja, Freie Wahl ist ein bisschen behindert, deswegen machen wir Geordnet. Dann verschiebt auch, glaube ich, alles Geordnet. Na, verschieben kommt, glaube ich, später noch. So, jetzt kommen wir zur Chancenerarbeitung. Da hat er Passspiel auf 70. Bestimmt das Risiko der Pässe und die, äh, Laufunterstützung. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, das machen wir mal hier hoch auf 70. Bop, ja, so. Passspiel 70. Flanken haben wir hier bei ihm auf 100. Okay, die Tendenz, Häufigkeit von Flanken in den Strafraum. Ähm, okay, das finde ich, glaube ich, ein bisschen krass. Aber ich mache es einfach mal so, wie er es jetzt gesagt hat. Okay, ich mache Flanken auf 100. Ja, dann positionieren die sich wahrscheinlich ziemlich nice, schätze ich jetzt einfach mal. Und man kann halt schon sehr früh Flanken spielen, aber das ist mir ein bisschen zu früh, wenn ich das da so sehe. Guckt mal, der schmeißt ja sozusagen die Flanke richtig, da oben sieht man übrigens immer hier, oben links, da müsst ihr euch das mal angucken, da sieht man immer, äh, wie das dann ist. Ich gehe mal kurz hier runter, so auf 80. Mal gucken, ob er dann weiter nach vorne geht. Okay, die Animation ist immer dieselbe. Ja, Animation ist immer dieselbe. Okay, dann mache ich halt mal Flanken 100. Schussverhalten. Hat er geschrieben, ich soll das nur auf 50 machen. Die Tendenz, Häufigkeit von Schüssen. Okay, mache ich mal nur 50. Warum nicht? Wenn er das sagt. So, gut, Positionsspiel. Hat er geschrieben, soll ich machen geordnet. Regelt die Freiheit der Spieler in ihrer Positionswahl, im vordersten Drittel des Feldes. Geordnet. Okay, da war vorher freie Wahl, da machen wir jetzt geordnet. Druck. Verteidigung, da hat er geschrieben, ich soll 0 machen. Ich glaube, das ist für meine Verteidigung, legt fest, ab welchem Punkt das Team anfängt zu verteidigen. Natürlich, wenn ich das auf 0 mache, natürlich stehen die dann wirklich nur hinten. Das könnte aber ein großes Problem sein auch, wenn ich das auf 0 mache, weil meine Verteidigungsweise ist ja darauf bezogen, dass ich auch draufgehe. Und wenn die dann 0 drücken, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber wie gesagt, ich mache es so, wie er es sagt. Okay, 0 geht noch nicht mal. Ich glaube, er hat das nicht ausprobiert, weil ich weiß jetzt nicht, er hat nämlich 0 hingeschrieben, dann hätte er doch 1 jetzt hingeschrieben. Naja, ich mache es mal so, 1 und Aggressivität soll ich nämlich auch. Was beeinflusst die Verteidigungshaltung gegenüber dem Ballführenden? Ja, das hätte ich aber gerne, dass er da aggressiver drauf geht. Das soll ich auch nur auf 1 machen. Okay, ich mache es nur auf 1, komm. Wenn er das so sagt, wir machen es jetzt wirklich mal so, wie er es schreibt. Und dann hat er noch verschieben auf 50. So, bestimmt, wie weit sich das Team in Richtung Ball verschiebt. 50, okay, das passt. Verteidigungslinie, bestimmt Aufstellung und Strategie der Verteidigung. Abschirmen und Ingame auf ausgeglichen lassen. So, also abschirmen lassen wir hier, gibt es nur Abseitsfalle, aber das ist kacke. Also abschirmen. So, jetzt haben wir unsere Taktik. Und diese Taktik speichern wir jetzt auf Viereck. Und dann machen wir hier einen leeren Slot und machen, ja, komm, individuell Dortmund heißt die jetzt. Kann ich die auch irgendwie umbenennen? Ja, mu oder baba. Ja, okay, anscheinend kann ich sie nicht umbenennen, aber ist ja auch erstmal Latte. Wir lassen sie einfach auf individuell Dortmund. Und diese müssten wir jetzt auch in Ultimate Team anwenden können. Also, so war es sonst immer. So, jetzt haben wir die individuelle Taktik gemacht. Das war jetzt noch so ein Punkt, den ich hier auf jeden Fall machen wollte. Und ja, das, vielleicht gehen wir jetzt nochmal kurz in Ultimate Team rein. Ich hatte eben noch einen Punkt, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich hätte ihn jetzt gerne nochmal angesprochen. Hm. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich sehe auf jeden Fall gerade bei der Aufnahme, es scheint noch alles gut zu sein. Wir sind bei 23 Minuten Aufnahme und 23 Minuten Tonspur. Das gefällt mir. Gut, dann schauen wir doch nochmal kurz, was ich hier verkauft habe. Und, äh, ansonsten, ach so, genau, eins will ich noch sagen. Genau, das war jetzt, oh, ganz viele Toros, sieht es, ist es weg. Sogar für, nee, 10,57, 10,57, 10,57, Colors für 2,7, 10,57, Salpingides 10,250. Okay, da habe ich nicht aufgepasst anscheinend. Gut, die anderen muss ich nochmal verkaufen. Und Sergio Garcia, den werde ich jetzt anbieten für, da muss ich auch den Startpreis hochmachen, nicht das hindern, wer er bietet. Ich mache den auf, keine Ahnung, 50.000 oder so, weil anscheinend geht es nur andersrum. Das heißt, derjenige, der den gewonnen hat, der kann mir ein Tauschangebot machen, aber ich ihm nicht. Deswegen machen wir den für 3 Tage 50.000 drauf und dann macht er ein Tauschangebot und ja, dann hat er ihn. So, die anderen stelle ich einfach nochmal so alle drauf. Und jetzt, genau, ich wollte nochmal auf was eingehen. Ja, es war das leidige Thema im Sonntagmorgen Video, dass ich doch blöd wäre, so eine Abwehr zu spielen. Hier, man sieht unser letztes Ding ist der Boomster. Hier, na, wo ist es? Mannschaftsauswahl. So, first. Ach, das Team haben wir ja gar nicht mehr. Ihr könnt euch noch, nein, Nando. Ich muss nochmal mein Hund eben sein Spielzeug wegnehmen. Ja, der Arme. Ne, der hat es nur ein quietsche Ding und wenn er jetzt alles hier rumquietscht, ist es ein bisschen scheiße für die Aufnahme. Wir hatten ja hier dieses 4-3-2-1-Team und da hatten wir ja hier Sergio Ramos und David Luiz stehen und dazu noch Dani Alves und Marcelo. Könnt ihr euch bestimmt dran erinnern, da wurde geschrieben, ja, bist doch selber schuld wegen der Abwehr und sowas beziehungsweise, dass du das Team nicht spielen kannst. Ist doch klar, alle Leute high nach vorn und nur medium nach hinten. Habt da natürlich im Prinzip recht. Dani Alves hat sogar low nach hinten. Habt da natürlich prinzipiell recht. Zum Ersten. Die Leute, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich immer auf Workrates achte. Also ich bin einer der Workrate-Verfechter. Also ich hasse es zum Beispiel Mittelfeld zu spielen, Mittelfelder, Mittelfelder? Ein Mittelfeld zu spielen, was scheiß Workrates hat, aber auch Abwehrspieler zu spielen, die scheiß Workrates haben. Zum Beispiel, ihr seht das ja, ich achte da auch sehr gerne bei Außenverteidigern mal da drauf. Es ist natürlich nicht immer möglich. Aber das Wichtigste, Alter, jetzt hat er noch ein zweites Quiktier gefunden. Was ein Vogel. Das Wichtigste ist, erstmal dieses Team hab ich einfach 1 zu 1 so nachgebaut. Ich hab einfach nicht drauf geachtet, beziehungsweise mir war klar, dass die so Workrates haben. Aber ich hab mir gedacht, testen wir es einfach, kann ja nicht mehr als schief gehen. Jetzt ist es schief gegangen. Allerdings, das meiste, was mich eigentlich in dem letzten Team aufgeregt hat, war das Offensivspiel. Das hat mir gar nicht so sehr gefallen. Defensiv hat mir natürlich auch nicht gefallen, aber das wäre ja dann behebbar gewesen, das heißt wegen den Workrates. Aber auch nach vorne hat mir das Team nicht gefallen. Und da kann man glaube ich nicht meckern. Ich glaube, was war da? Ibra, Ronaldo, Lukas wahrscheinlich. Was waren da noch? Modric, Alonso, oder Kedirat dann einmal. Und Ramirez. Ja, das hat mir trotzdem nach vorne auch nicht gefallen. Das heißt, im Allgemeinen, die Formation hat mir nicht gefallen. Wie die Leute laufen und alles. Natürlich, es gibt bestimmt Spieler, die in dieser Formation dann perfekt spielen und womit ich auch richtig geil klarkommen würde. Ja, die haben wir aber leider Gottes nicht gespielt. Und aus diesem Grund hat es mir einfach keinen Spaß gemacht und deswegen habe ich es erstmal zur Seite geschoben. Wir werden es bestimmt eh wieder nochmal spielen. Und deswegen sollte man sich da jetzt nicht so die Gedanken drüber machen. Das war jetzt hier mal ein richtig dickes Infovideo. Ich wollte da echt mal ein paar Dinge ansprechen, die mir wichtig waren. Und ja, was war noch? Ich überlege gerade in den Kommentaren. Mir fällt gerade nichts ein. Gut, wir ziehen jetzt hier nochmal ein Premium Pack und dann gehen wir hier raus. Beziehungsweise dann sind wir raus aus der Aufnahme. Und dann wird das nächste Video, ich denke mal, ein Gameplay geben und danach ein Teambuilding. Oh, Sergio Garcia nicht in Form. So, noch ein paar Verträge. Nehmen wir mit. Achso, doch ein Thema will ich noch ansprechen. Die Bildqualität. Einige haben schon geschrieben, die Bildqualität ist schlechter geworden. Das kann wirklich gut sein. Ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich gucke mir die Videos danach nicht in riesig, hier, keine Ahnung, 720p und alles in Großbild an. Ich gucke mir die Videos meistens nochmal klein an. Also das heißt, im Renderprogramm ist oben dann so ein kleines Ding. Ich habe gedacht, die Einstellungen dürften sich nicht geändert haben, weil ich rendere mit denselben Einstellungen wie zuvor auch. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass diese Kommentare kommen, weil jetzt vielleicht gerade bei PS4 Gameplays vielleicht eher mal auf 720p und Großbild umgestellt wird. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil wie gesagt, prinzipiell nutze ich dieselben Einstellungen. Ich werde allerdings heute mal ein wenig rumprobieren und werde mal mehrere Videos rendern und versuchen, das maximale an Qualität rauszuholen. Das kann sich aber noch ein paar Tage verschieben, bis dann auch diese guten Videos in Anführungszeichen hochgeladen werden. Also nehmt mir das nicht so übel. Ich würde, wie gesagt, am liebsten in 1080p einfach nur hochladen, dann wäre alles super, aber es klappt einfach nicht. Wenn ich in 1080p hochladen würde, dann würdet ihr pro Tag maximal ein Video bekommen und das war es dann aber auch. Und ja, ich denke mal, ihr habt lieber drei Videos als 1080p, schätze ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Und ja, das wäre es jetzt aber gewesen. Komm, ich ziehe jetzt hier nochmal ganz schnell eins. Ihr seht euch noch kurz an, was drin ist und dann sind wir hier raus. So, nochmal mit Messi. Komm, Push 1. Und da haben wir Carroll. Ja, der jute alte Andy. Wie groß ist er? 1,91 groß, 88er Kopfball. Kann man mal machen. Den neben Ibra, dann geht es rund. Ähm, ja, nein, ich will ihn übrigens nicht neben Ibra, nicht, dass Leute ein Team da machen. Also ich will ihn nicht spielen. Also vielleicht spielen wir nochmal, aber nicht so neben Ibra. Weil ich habe lieber zwei unterschiedliche Stürmer. Jo, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, kommt mal im Forum vorbei, Links in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.